Das bin ich, Paul Maddens, Lehrer an einer Grundschule in der englischen Provinz. Diese Schule sinkt von Tag zu Tag immer noch tiefer nach unten. Und das ist mein Assistent, Mr. Poppy. Helpen Sie mir, Mr. Maddens! Wieso ist Mr. Maddens ein solcher Muffel? Seine Freundin hat ihn an Weihnachten verlassen. Das ist nur einer der Gründe, warum ich Weihnachten hasse. Dieses Jahr wollen wir jemanden finden, der das beste Krippenspiel aller Zeiten auf die Beine stellen wird. Und das ist Mr. Maddens! Wann fangen Sie mit dem Casting an? Diese Kinder sind unfähig. Ich bin genauso unfähig, also bitte verschonen Sie mich damit. Was macht ihr dieses Jahr? Ich mach mal wieder ein Krippenspiel. Übrigens, Hollywood wird kommen. Hollywood kommt zur St. Bernadette. Ja. Um deine Aufführung zu sehen. Ja. Sie machen einen Film draus und ein Buch. Wir werden alle super berühmt, denn Hollywood ist auf dem Weg zu uns! Die Hollywood-Neuigkeit hat sich in Windeseile verbreitet. Es ist alles ausgedacht, es ist nicht wahr. Ich habe alles nur erfunden. Diese Weihnachten. Wem werden dieses Jahr wieder fünf Sterne verliehen? Uns, uns, uns! Kämpfen Kinder für ihren Traum. Und werden wir auch einen Agenten haben und sowas? Das Stück wird eine normale Weihnachtsgeschichte. Ja, aber mit dem Todessprung. Hat wirklich jeder von euch vorher Pipi und Kaka gemacht? Glauben Sie einfach an uns, glauben Sie! Ich spüre da viel unterdrückter Wut. Der Weihnachtsmuffel. Coole Sache, Baby. Coole Sache.